Ich lerne Deutsch. Nummer 3413. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich schätze dein Engagement und dein Fachwissen. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich schätze dein Engagement und dein Fachwissen. Auch unser Teddy hat den Umzug gut überstanden. Er sitzt noch in der Transportkiste. Auch unser Teddy hat den Umzug gut überstanden. Er sitzt noch in der Transportkiste. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Wir sind krank. Wir haben nicht nur Schnupfen, sondern auch Husten. Wir sind krank. Wir haben nicht nur Schnupfen, sondern auch Husten. Wir arbeiten gemeinsam als Anlageberater. Wir haben ein Büro in der Innenstadt. Wir arbeiten gemeinsam als Anlageberater. Wir haben ein Büro in der Innenstadt. Wir arbeiten gemeinsam als Anlageberater. Wir haben ein Büro in der Innenstadt. Die Bank hat mir eine neue Kreditkarte geschickt. Mein Kreditlimit hat sich deutlich erhöht. Das habe ich nicht bestellt. Die Pizza hat den falschen Belag. Bei so warmem Wetter ist Eis die richtige Erfrischung. Bei so warmem Wetter ist Eis die richtige Erfrischung. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Momentan bin ich noch nicht davon überzeugt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Unser Trainer zeigt uns, wie wir unsere Boxkenntnisse richtig anwenden können. Unser Trainer zeigt uns, wie wir unsere Boxkenntnisse richtig anwenden können. Zu Ostern hat meine Mutter einen speziellen Kuchen gebacken. Möchtest du daran riechen? Zu Ostern hat meine Mutter einen speziellen Kuchen gebacken. Möchtest du daran riechen? Zu Ostern hat meine Mutter einen speziellen Kuchen gebacken. Die meisten Wege in der Stadt lege ich mit dem Fahrrad zurück. Die meisten Wege in der Stadt lege ich mit dem Fahrrad zurück. Das ist schneller als mit dem Auto. Das muss man probieren. Das ist neu in meinem Sortiment. Es wird dir schmecken. Die Nachrichtenmoderatorin sitzt schon eine Stunde vor der Sendung in der Maske. Die Nachrichtenmoderatorin sitzt schon eine Stunde vor der Sendung in der Maske. Im Urlaub bin ich immer unterwegs und schaue mir Läden an, die schöne Kleidung verkaufen. Ich habe mich an die Notrufnummer erinnert. Es ist die Nummer 112. Ich habe mich an die Notrufnummer erinnert. Es ist die Nummer 112. Ich habe mich an die Notrufnummer erinnert. Es ist die Nummer 112. Bleiben die Kopfschmerzen bestehen, führt der Arzt eine gründliche Untersuchung durch. Eine Frau trägt schwarze Mascara auf ihre Augen auf. Eine Frau trägt schwarze Mascara auf ihre Augen auf. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. In Afrika kamen wir den Elefanten sehr nahe. In Afrika kamen wir den Elefanten sehr nahe. Die Eingangstür wird durch eine Gegensprechanlage mit Kamera geschützt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. 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 Vielleicht gib uns bitte ein Like. Ich habe mir einen Anwalt.